Hallo zusammen, ich bin Hans-Eli Grupp, ich bin Cleo und der Schwiener Praktiker, habe meine Lea hier bei Aldo und Isohut gemacht und zeige euch heute mal meinen Alltag. Wie wir die Tungeräte für die ganze Schweiz herstellen, sind wir auf unsere computergesteuerten Maschine angewiesen, wo es uns erlaubt, grosse Stückzahlen zu produzieren. Als Schreiner bei uns bist du vom rohen Brett bis zur fix fertigen Sprossenwand an fast allen Arbeitsschritten beteiligt. Wo viele Tungeräte aus Holz sind und ihr natürlich auch euer Spass im Tununterricht wollen, sind wir ein wichtiger Teil unserer Firma. Wenn du gerne mit Holz arbeitest, körperlich fit bist und ein gutes Vorstellungsvermögen hast, ist Schreiner der ideale Beruf für dich. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in meinen Alltag. Wenn ihr Interesse habt, kommt doch mal vorbei und schnuppern. Ihr würdet uns freuen. Tschau miteinander. Wo ihr diesesente Handy father? Wir machen. Wir machen. W 먹을 dann. Wir haben.